Das Thema Energie behandelt beispielsweise Energy Direct. Energy Direct ist ein regionaler Dienstleister und Energielieferant. Wir liefern sowohl gasförmige wie auch flüssige Energie. Unsere Energie, die wir liefern, ist Erdgas, genauso wie Treibstoffe, Kraftstoffe und Schmierstoffe. Und wir sind österreichweit tätig, haben vier Niederlassungen. Das ist Graz, St. Pölten, St. Egidi und Innsbruck. Wir haben 220 Mitarbeiter und 55 eigene Lkw. Für uns ist hier auf der Messe wichtig. Wir sind nicht nur online auf der Plattform. Sie können bei uns genauso über Internet bestellen und so weiter und so fort. Für uns ist aber die menschliche Komponente wichtig. Denn dort, wo das Einfache, das Oberflächliche endet, dort ist der Mensch gefragt. Und unser Unternehmen hat sehr viele kompetente und technisch ausgebildete Mitarbeiter. Und das wollen wir hier auf der Messe und auch generell rüberbringen und unsere Kunden ansprechen. Und das wollen wir hier auf der Messe und den Feste durchführen. Untertitelung. BR 2018